Was ist los, Sir? Nichts außer, dass überhaupt nichts los ist. Gehen Sie lieber zurück zum Termitenhügel. Wir kommen schon klar hier. Verstanden, Sir. Kommt mit! Also gut, geben Sie weiter. Jeder Mann feuert drei Schuss auf das ab, was ihm verdächtig vorkommt. Auf mein Zeichen. So greifen Sie uns jetzt sicher auf der vollen Breite an. Wir müssen zurück zum Termitenhügel. Wir helfen hier bei der Verteidigungsart. Sir! Sir! Captain Edwards, Jolly Company auf dem Hang. Bob! Sie sind innerhalb der Artillerie-Stellung, Sir. Ich brauche! Bob! Bob! Der Mann verbluten! Ich brauche die Granate! Ich brauche die Granate! Das ist nicht der Mannverletz. Los, Willi, die zwei weg hier! Nordbolt ist gedroffen! Ich bin ja jung! Gerten Dillen, rufen Sie die Bravo-Kompagnie. Sie soll einen Zug durch die Landezone schicken. Als Verstärkung für die Charlie-Kompagnie. Verstanden? Bravo 6, hier ist Trojan 3. Bravo 6, hier ist Trojan 3. Und sagen Sie der Charlie-Kompagnie? Sie soll die Köpfe einziehen und sich klein machen. Sie bekommt Artilleriefeuer aufgedrückt. Yes, Sir. Charlie-Kompagnie zieht die Köpfe ein. Wir schicken Artilleriefeuer. Sie direkt auf seine Stellung. Wir werden überranen. Nein. Männer, den Kampf gewinnen wir. Schöpfeuer. Ja, Sir, die haben uns auch ein reguläres Willkongenbataillon auf den Hals gehetzt. Colonel Brown, Sir, ich beantrage, dass Sie eine weitere Kompanie zu unserer Verstärkung abkommandieren, sobald das ohne zu großes Risiko möglich ist. Genehmigt. Wie schlimm steht es her? Es geht jetzt langsam richtig rund hier, Sir. Gehen Sie aus dem Weg! Komm mal her! Feuer! Feuer! Sanitäter! Schick sofort ein Sanitäter her! Feuer! Hey, wie heißen Sie, Soldat? Jimmy Nakayama. Meine Frau kriegt heute ein Baby. Oh, wow! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Sanitäter! Sanitäter! Du kriegst keine Bilder, wenn du da unten liegst, Sunny. Hinsetzen! Genau da! Sir, ich bin aber kein Soldat! Sunny, hier und jetzt musst du einer sein. Scheiße. Warum schießen die Mörser nicht? Was zum Teufel ist hier kaputt? Die Rohre sind glühend heiß, Sir. Ich hab Angst, dass eine Granate überhitzt und uns in die Luft jagt. Wir können sie nicht kühlen, weil wir kein Wasser mehr haben. Wir müssen nur auf Flare, Ziele! Wir brauchen Sperrfeuer vor der Schnellung, sonst überrennen sie uns! Hört sich der Verstand und bleibt die Schnellung! Kommt schon, Worauf wartet ihr! Bleiben die Gefährdung fest! Ich bin draußen! Vorne bewegt ihr, da! In der Kurs runter! Ah! 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 Vielen Dank.